Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo! Und Leute, ihr seht es schon, wir haben einfach keinen Skin, denn wir werden heute Minecraft in der uns möglichen, am weit zurückgehendsten Version spielen, im Hardcore-Modus schon. Leider ging es nicht, dass wir irgendwie in der Alpha oder Beta spielen konnten, auch nicht in der Version 1.0. Wir sind jetzt aber hier in der Version 5 und das wäre jetzt im Jahr 2013 übrigens, also fast vor 10 Jahren, ihr seht das hier auch schon alles, keine Skins, keine Skins, Options, Leute, guckt euch das an, guckt euch das an, das sieht alles maximal weird aus. Und es gibt auch noch kein Nether, das bedeutet, nee, Nether gibt es sogar, es gibt kein End, glaube ich sogar. Ja, das stimmt. Genau, deshalb können wir Minecraft sozusagen nicht durchspielen, sondern haben es uns, ja bitte? Wir können keine Schilder machen, wir können nicht hier. Stimmt! Und vor allen Dingen Skelette schießen ultra schnell. Echt? Die können die ganze Zeit schießen, ja, ja, ja. Oh, ich weiß das alles gar nicht mehr. Auf jeden Fall dürfen wir nicht sterben, denn wenn einer stirbt, ist dieses Video offiziell vorbei. Das heißt, wir spielen das hier nur einmal sozusagen und mich würde sehr interessieren, habt ihr denn schon Minecraft in dieser Version gespielt? Wenn ja, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Unsere Aufgabe ist es, 5 Diamanten zu finden. Mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja auch, dann ist das Video auch... Oh mein Gott, Sprucewood sieht so komisch aus. Es gibt keine Mien-Schächte. Was? Die Höhlen sehen auch noch ganz anders aus. Ja, es ist alles seltsam. Moment mal. Alleine keine Skins, so weird. Ja, bitte? Ich glaube, es gibt auch keine Dörfer. Echt? Ja, ich glaube schon. Krass, das ist heftig. Oh, die Texturen. Es ist alles so seltsam, wenn man wirklich drauf achtet. Okay, ich hole mir auch schon mal ein bisschen Stein und wir sollten wirklich drauf achten, nicht zu sterben. Das ist das Absolute, was wir hinbekommen sollen. Also generell, es sieht alles sehr seltsam aus, muss ich sagen. Bis jetzt fühlt es sich noch normal an. Aber Leute, wisst ihr, was mir vor allem schwerfällt? Wir können nicht das Sprinten einstellen. Das bedeutet, ich kann es euch ganz gut zeigen. Controls, es gibt hier nichts zum Sprinten. Das heißt, normalerweise sprinte ich auf Steuerung. Und ich muss jetzt mit Doppel-W sprinten. An alle diejenigen, die das nicht miterlebt haben, das war eine schlimme Zeit für mich damals. Weil mit Doppel-W... Oh, nee, oh, nee, oh, nee. Okay, ich habe 15 Stein. Dann... Oh Gott, die Musik fängt noch an. Oh mein Gott, ich habe die Musik noch an. Süß, okay. Diamanten müsste es aber geben, oder? Ganz kurz. Okay. Die Biome sind auch ganz anders. Es gibt ja auch voll wenige Biome. Es gibt auch keine Tiere fast, ne? Wir haben hier ein Wüstenbiom und direkt daneben ein Dschungelbiom. Wie cool das aussieht. Ja, es gab ja auch früher eigentlich nur Schnee. Dschungel. Oh Gott, ich muss die Musik leider machen. Es fehlen ganz viele Biome, du hast recht. So, Musik machen wir mal eigentlich aus. So, okay. Ja, Biome, es gibt wahrscheinlich keine... Oh, Hunde gibt es schon. Es gibt wahrscheinlich keine Katzen. Kaninchen gibt es nicht. Wir haben ja auch jetzt... Oh, Polarbeeren gibt es. Ich meine, es gibt ja auch kein Spike-Biome. Kein Panda gibt es mehr. Ah, da hinten bist du. Hallo. Leute, wie das aussieht. Da hinten ist ein... Oh, das ist so lustig, alles zu erkunden. Wie du aussiehst in der Wüste. Oh mein Gott. Und allein das ganze Meer, die ganzen Updates sind nicht mehr da, weißt du? Stimmt. Oh, sowas wie Neverride. Nichts. Stimmt. Keine Stadzkarten. Guck mal, guck mal, guck mal. Ich kann nicht vergiftet werden, wenn ich esse. Als ob. Echt? Ich esse und ich werde nicht vergiftet. Nee, aber das kannst du... Hier ist doch alles okay. Du darfst nur dumm dumm. Ah, wir spielen Hardcore. Ich hätte nur vier Herzen gehabt. Oh. Ähm, ich wollte sagen, du kannst... Du kannst ja nur von Dings vergiftet werden. Von Rottenfleisch. Rottenfleisch. Pintchen. Aproposfleisch. Ja? Ja. Sicher? Glauben. Oh Gott. Wie spielen hier das Ziel zu schrumpfen? Gibt es Hexen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hier ist Kohle schon mal. Ja. Wir sollten uns vielleicht gleich mal einen Ofen machen mit Essen. Und hier geht es runter? Zombies gibt es schon. Ja. Ich habe Eisen. Oh, nice. Das Doppel-W, das macht mich ganz wirre, ne? Ich finde das ganz, 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 ganz schlimm, wenn ich ehrlich bin. Ich bin jetzt schon mal hier in der kleinen Höhle, hohe Stein. Da machen wir einen Ofen. Dann können wir schon mal ein bisschen, äh, äh, hier Ofen-Action machen. Das ist so seltsam. Das ist so seltsam. Ich bin gespannt. Wir sollten eigentlich ein bisschen noch rumlaufen, muss ich sagen. Wir können auch nicht schwimmen. Stimmt. Schwimmen können wir auch nicht mehr. Das ganze Kampfsystem ist ja auch wieder alt. Das heißt, wir können die ganze Zeit schlagen. Es gibt keinen Cooldown. Wir machen genauso viel Damage. Da habe ich mal die ganze Zeit, dass wir echt aufpassen müssen mit den Skeletten. Ich habe so viel Kohle bekommen. Okay, okay. Kohle habe ich. Äh, wie viel Eisen haben wir? Hm. Äh, ich hätte acht. Okay. Können wir auf jeden Fall schon mal vielleicht uns ein bisschen Rüstung machen. oder eine Eisenspitzhacke? Irgendwie sowas. Es wird dunkel. Was machen wir? Äh, wir bräuchten unbedingt Essen und ein Bett. Betten gibt es schon. Denke ich mal. Ja, ja, ja. Aber keine, keine, keine Wolle. Ja, eben. Okay. Wo sind Schäfchen? Ich weiß es nicht. Okay. Ich baue hier schon mal den einen Ofen ab. Ich komme nochmal ganz kurz zu dir hoch. Ich habe halt echt Angst jetzt vor den ganzen Skeletten. Wir nehmen jetzt insgesamt schon neun Minuten auf, Epic. Wir sollten jetzt nicht schauen, dass wir direkt sterben. Das ist auch für W. Geht mich anstrengend. Ich glaube, es gibt tatsächlich... Gibt es vielleicht doch auch schon? Da da hinten. Schaf, schaf. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich bin mir sicher. Es gibt auf jeden Fall keine Phantome. Das ist schon mal gut. Das stimmt. Moment mal. Gibt es schon Endermänner? Weiß ich nicht. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es Endermänner gibt. Ich müsste mir eigentlich... Ich hätte mir davor mal so eine Liste durchlesen sein. Kleid ist gespawnt. Es gibt schon Slimeys? Ja. Krass. Oh, das wusste ich auch nicht. Wie viele Schafe hier sind. Ja, ja, eben. Alter, aber das ist gut für... Ach, die gehen doch gar kein Essen shoppen. Stimmt. Die shoppen nur Wolle. Das ist ja Assi. Das ist ja fies. Okay, ich habe auf jeden Fall mehr als genug Wolle. Oh mein Gott. Oh Gott, da sind sie. Die ersten. Da. Da hinten. Pass auf. Die schießen schon auf dich. Oh, oh. Pass. Und schlafen geht sofort. Ach, stimmt. Glaub ich. Ja, ich muss ja auch mehr erst beim Bett machen. Stimmt, die Betten sehen ja noch so süß aus. Äh, ja. Ja. Schnell. Ja, okay. Du lass. Es geht nicht sofort. Es geht doch nicht sofort. Oh, da ist gerade was gewachsen. Okay. Hallo. Die brennen schon. Das ist ja auch schon mal nice. Geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Oh mein Gott. Das ist wichtig. Da ist auch ein Kwieper, ne? Wenn du stirbst, ist das Video zu Ende. Geh! Ich muss hier mal weg. Ja, vielleicht gehen wir. Da ist ein Enderman. Wie Endermänner aussehen. Oh, stimmt. Hä, die sind doch voll klein, oder? Äh. Irgendwie sehen die Kumpel. Äh. Oh. Also haben wir mal eine Höhle. Lassen wir dann nach uns. Ich bin im Boot. Warum willst du ein Boot? Wir brauchen Eisen. Wir brauchen Rüstung. Oh, das stimmt. Erstmal fangen wir so an. Oh, das sind Slimey-Bälle. Aber hier ist keine gute Höhle. Äh. Okay. Wir gehen wieder hoch. Und suchen erstmal Eisen. Dass wir auf jeden Fall erstmal gut ausgerüstet sind. Dann kommen wir wieder in eine Höhle. Wir sollten ja Diamanten primär holen. Okay. Denkst du, es gibt schon sowas wie, ich weiß nicht, so Pyramiden? Also Dings? Ich bin mir nicht ganz sicher. Der Enderman. Hä, der sieht doch anders aus. Oder? Ich weiß es nicht ganz. Kann mir doch keiner sagen. Ich weiß es auch nicht so ganz. Ich mache dir schon mal ganz kurz einen Hanisch einfach mal. Ja. Weil ich glaube, du bist eher derjenige, der hier sterben will, wenn ich nicht bin. Ja, doch. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Die Kohle, es sieht alles so seltsam aus. Alleine, dass es eine... Oh, meine Spitzhack ist kaputt. Alleine, dass es hier Sensitivity gibt. Das ist Maus, ne? Das gibt es ja auch nicht mehr. Das sind ganz viele Zombies. Das sind ganz viele Zombies. Ich mache wieder die Sensitivität runter. Auf. 80. So. Ähm. Gehst du gerade kämpfen? Ja. Schön. Stirbst du? Mm-mm. Alles gut. Okay, gut. Zack, die haben gerade sogar keine Chance. Ich hätte schon mal eine Eisenspitze, zack, auch für Diamanten jetzt angesehen. Äh, ich höre die ganze Zeit irgendwelche Monster nur, ne? Hier ist noch so eine kleine Höhle. Boah! Geh! Alles gut. Zurück! Ich habe keine Herzen mehr. Ein Creeper ist mir auf den Kopf gefallen. Wie, du hast keine Herzen mehr? Ich habe nur drei Herzen. Ja, dann komm wieder zurück. Ah, du bin da. Da drüben, ähm, müssen wir ein bisschen aufpassen. Ja, da ist, guck mal, da ist total der Hanisch, hast du nicht mal angehabt. Nö. Ja, siehste? Danke. Und die Mama machen wir mal ein besseres Schwert gleich. Machen wir mal Schuhe. Es trottet von oben. Ja, lass es. Ja, lass es. Wir, 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 wir ertrinken noch wegen dir. Hey! Epic, epic, epic. Ich mache mir auch nochmal einen Hanisch gleich. Kannst du das lassen? Da ist noch Eisen eigentlich. Ja, trotzdem. Dann, dann stellen wir wegen mir. Ich sehe das schon, ich sehe das schon. Okay, hier ist nichts. Oh, dieses Doppel-W. Ne, das, das macht mich ganz kirre, ne? Okay. Hier ist, ja, das, das gucken wir uns dann gleich an, wenn wir das Eisen gebraten haben. Safety first. Safety first. Oh, da ist auch noch Eisen. So, warte mal. Äh, hätte ich noch was braten müssen? Mh, mh. Okay. Dann, wollen wir nochmal hoch Essen holen? Oder lieber runter in die Höhle? Wir können runter in die Höhle gehen. Okay, wir müssen primär auch Diamanten suchen. Deswegen. Ja. Okay, dann hier lang oder wo lang? Ja, genau, darunter. Hm, da, nice, wo die Spinne ist schon. Ja, und das sind auch Skelette, glaube ich. Ah, cool. Okay, das sind sogar einige Gegner. Oh, ha, ha, ui. Und Pfeffer, ach du, ach du, Jemine. Okay. Alter, wie schnell die sind. Seit wann sind, die wurden noch lange, haben wir gemacht nochmal, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir haben ja schon ein bisschen Eisen, das ist ja schon mal gut. Hinten die dir? Vielleicht finden wir einfach direkt eine, oh Gott, ey. Diese Sensitivität da. Das ist sogar ein billiger Zombie. Lol. Und die Spinne. Oh, lol. Die Spinne sieht auch ganz anders aus. Alles ist so anders. Das ist noch Eisen. Ja, aber ich glaube, wir brauchen kein Eisen mehr eigentlich. Wir brauchen Diamanten. Okay, da ist eins mit Ver... Huh. Okay, ähm. Hilf mir, hilf mir. Ja. Das ist eins mit Verzauber. Aber da ist auch ein Creeper. Da ist auch ein Creeper. Oh, pass auf, pass auf. Wenn er aber... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er explodiert? Okay. Hat das Skalett weggeschätzt? Ja, perfekt. Nice. Oh mein Gott, das ist ein Element. Hä? Der ist getriggert. Aber warum? Oh, oh. Ich habe ihn nicht angeschaut. Ich auch nicht. Ich will ihn auch nicht anschauen, wenn ich ehrlich bin. Oh mein Gott, ich habe ihn fast angeschlagen. Das ist ein Bogen. Oh mein Gott. Ja, ja, aber ich habe... Oh mein Gott. Der ist noch ein Creeper, Creeper, Creeper. Ja, 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 ja. Komm, explodier einfach, explodier einfach. Nein, 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 nein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä, warum ist denn der Creeper so aggro? Bin mir nicht ganz sicher. Äh, ich meine ich... Der Creeper, der Enderman. Okay, äh, hier geht's... Also, die Höhlen sind groß, muss ich sagen. Stimmt. Oh nee, ey, okay. Aber ich glaube, das ist eine Sackgasse, wenn ich ehrlich bin. Oder nicht? Oh, hier geht's noch ein bisschen weiter. Wir müssen nach unten. Oh, hier geht's nach unten. Ja. Oh, ist das eine Felspeichung? Aber eine komische, wenn... Welche Höhe sind wir? Oh Gott, F3. Ich, äh, Höhe 31 sind wir. Okay, wir müssen weiter runter. Vielleicht geht's aber hier auch nochmal. Nee, oder wir gehen nochmal links rum. Ja, ja, wir können nach vorne weiter. Hä, wie schnell gehen denn Creeper spawnen und, und, und Zombies? Bisschen PvP-Action, klar. Oh mein Gott. Ja, komm, extrodiere. Da rechts ist auch noch einer. Oh! Sehr gut gemacht. Danke. Hallo. Oh, oh. Hallo. Da links, da links, 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 links. Uh, 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 uh. Moment mal, kann man Critical Hits machen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aua, weiß ich gerade gar nicht. Äh, so, okay. Äh, hier geht's auch noch lang. Hier, hier, hier. Hier sieht's ganz gut aus, glaube ich. Okay, ich komm mit. Äh, links. Ja, komm mal, hier. Okay. Das ist Gold. Vielleicht sind die Diamanten, es könnten wirklich Diamanten da unten sein. Bei 31? Oh! Äh, äh, ja. Will da hin. Okay, ich komm mal mit. Äh, sind die Diamanten? Hier ist gar nichts. Was ist da hinten? Hä, was ist das so? Ist das Nebel? Stimmt, das ist Nebel. Hä? Seit wann gibt's den Nebel in meine Kraft? Was ist denn hier los? Okay. Ne, also das, das Doppel-W, das, das geht mich schon, äh, hart mitnehmen. Ich bin ganz ehrlich. Hier ist so viel Gold. Hier sind auch Slimeys. Wow. Und der, 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 oh mein Gott, zwei, zwei Endermänner? Oh, oh. Oh mein Gott, der Slimey ist richtig böse. Oh mein Gott, okay, okay. Slimeys, Slimeys. Bloß dich die Endermänner anschauen. Ja, 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 ja. Oh Gott. Das ist ein Creeper? Wo? Ah ja, der kommt da. Ich hab Angst, dass ich den einfach anschlage auszusehen. Sind die schon allergisch auf Wasser sozusagen? Warte, pass auf, pass auf, pass auf. Oh. Wie viele Herzen hast du? Äh, nur vier verloren. Okay. Hä, wie, wie seltsam das hier aussieht. Warum ist das so? Okay. Sind die Diamanten? Hier müssten doch auf jeden Fall Diamanten sein. Ja, hier sieht's auch sehr diamantisch aus. Ich bin, ich bin ganz ehrlich. Hier ist so viel Gold. Hier ist Redstone sogar. Wir sind doch für 13. Ja. Oh mein Gott, hier geht's runter. Warte. Hier sind welche. Safe. Und Diamantos. Bitte, bitte. Danke, danke. Oh, es geht, oh, hier geht's noch weiter nach unten. Ja, bei mir, ich bin auch, was weiß ich, wo. Also hier müssen wirklich überall Diamanten eigentlich sein. Redstone gibt's schon immer, oder? Ja. Okay, na gut. Ich bin trotzdem froh, dass wir's überhaupt schon so weit gepackt haben. Ich bin ganz ehrlich. So, warte mal. Das stimmt. Okay, hier ist Labi-Stazuli, aber sind hier Diamanten? Hier geht's lieber. Nee, hier sind auch keine. Hier ist auch Labi. Das ist super, super, super schwierig, Diamanten hier zu finden. Äh, hier geht's zugebaut. Immer noch Gold. Aua. Ja, also ich hab auch noch nichts gefunden. Dann so Blotfist. Es gibt gar keine Diamanten. Äh. Da. Lol. Ich hab einen Minenschacht. Es gibt Minenschächte schon. Das ist krass. Willst du mal zu mir kommen? Ja. Hallo, Epic ist jeder Name. Hallo, ich komm zu dir zu Minenschacht. Ja. Der ist noch so ein bisschen weiter weg, aber du müsstest gleich eigentlich da sein. Also bei mir zumindest. Oh, hier ist Wasser. Ja, folge dem Wasser. Ja. Das ist ja auch keine. Hallo. Hier sind auch keine Diamanten. Hallo. Kommen Sie mit, kommen Sie mit. Ich find's ganz, ganz seltsam, dass hier so, dass es so dunkel ist. Guck mal. Dann hier lang. Dann da lang. Und, äh, gleich hab ich den Weg wieder gefunden. Da hätten es auch Lava, aber das sind auch keine Diamanten. Jetzt hab ich den auch verloren. Ah, da ist ein Creeper. Nee, da hinten, glaub ich. Warte. Du, 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 hier oben. Oh, sehr gut. Vielleicht wählen wir eine Kiste mit Diamanten. Ja, auch easy. Haben auch gewonnen, die Challenge. Das stimmt. Oh. Äh, okay. Da oben, da oben, da oben. Ja, ja. Auch rechts kannst du auch weiter gehen. Stimmt. Wir sind hier auch für 17. Hier sind keine Diamanten weit und breit. Ah, du kannst den Bogen machen. Du wolltest dir doch einen Bogen machen. Stimmt. Okay, hier ist auch nichts. Und hier sieht's ganz, ganz seltsam aus. Hier ist ein Skelett. Okay. Boah, wie krass die Minenschächte aussehen. Vor allem auf einer perfekten Höhe einfach, ne? Das stimmt. So, warte mal. Hier geht's weiter. Wer als erstes Diamanten findet, ich sag's dir. Hab einen Bogen. Äh, ich hab auch einen Bogen, glaub ich, sogar. Es gibt schon Fledermäuse. Süß. Ich versuch mal, das Skelett wegzustellen hier vorne. Ja. Wir sind auf jeden Fall zu hoch. Hä, woher krame ich denn? Hab es. Nice. Bist du in der Felsspalte? Äh, ich bin bei den Spinnen. Oh, oh. Irgendwo. Ich glaube, ich lauf im Kreis, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß nicht so ganz... Aber hier gibt's wirklich weit und breit keine Diamanten. Nö, hier gibt's gar nichts. Gar nichts. Überhaupt nichts. Ich mach mir mal, ich mach mir mal einen kleinen Wassereimer. Ich glaub's ganz gut. Mhm. Was ist da, was ist da, was ist da? Okay. Nein, 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 nein. Okay, Wasser hab ich. Wir können mal da vorne entlang gehen. Ja. Guck mal, hier über den Lavasee. Da kommt, äh, eine Patrouille an. Oh, oh. Gibt's hier weiter? Sind hier... Ja, sieht gut aus, also, dass hier weiter geht. Komm schon, da ist, da ist, da ist, da ist, da ist. Ich bin kein einziger Diamant hier insgesamt. Ich kann auch nirgends wo dran zoomen. Warte, hier ist auch noch ein bisschen. Geh weitermachen, danke. Mein Schwert ist auch gleich kaputt. Bist du redstone? Äh, hier sieht's auch nicht gut aus. Und da sieht's auch nicht gut aus. Vielleicht hier nochmal Wasser hin platzieren? Ja. Wie viele Herzen hast denn du? Äh, wieder voll. Oh, okay. Hast du noch Essen? Ja. Willst du mir auch mal was zu essen geben? Ja, ja. Danke schön. Ah, okay. Ich geh fast... Ah, vielleicht esse ich ein Rotten Flash. Ah, nee. Ich kann... Ich kann regenerieren. Okay. Das gibt es doch nicht. Gibt's auch keine Diamanten? Oh, Mann. Epic, hier sind zwei... Hier sind drei Skelette. Die spielen mit mir King Kong. Die spielen mit mir Ping Pong. Ping Pong. Ich komm zu dir. Ich komm zu dir. Links, rechts. Ping Pong. Gotcha. Und was ist mit dem Enderman hier los? Weiß ich nicht. Da hinten. Da wollte ich lang. Da ist nämlich noch eine Kiste oben. Oh, mein Gott. Okay, aber das schaffe ich. Das überlebe ich. Oh, Gott sei Dank. Okay, okay. Ich esse ein bisschen Rotten Flash. Hier ist noch eine vergiftete Spinne. Da oben ist auch noch ein bisschen was. Warte mal. Hier vielleicht? Hier war ich noch nicht. Hier war ich noch nicht. Das ist noch ein Creeper. Ich muss gleich mal gucken, ob es hier Diamanten gibt, Epic. Stell dir vor, es gibt keine Diamanten. Größter Blood Twist ever. Gibt's schon immer Diamanten? Ja. Echt? Okay. Ich vertraue dem Profi. Hallo? Diamanten, hallo? Ich geh noch weiter. Ja, okay. Ich geh hier mal weiter. Sind hier Diamanten? Es gibt keine Diamanten. Ich sag's dir. Hier ist auch eine Redstone. Die wurden einfach ausgeschaltet. Was ist denn hier los? Das ist super schwierig. Oh, Doppel-W, ey. Ich hab Diamanten. Nein! Ich hab mich hier durchgebaut. Oh mein Gott, ich komm zu dir. Wie viele sind das? Warte, 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 warte. Ich komm zu dir. Oh Mann, ich bin gerade weggegangen. Hier, 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 hier. Ja, wo? Danke. Ich hab mich hier durchgebaut. Oh, wie sehen die aus? Ja, nach Diamanten. Warte, warte, warte. Halt, oh. Sind es fünf Stück? Zwei? Sieht gut aus. Zwei? Drei? Das sind mehr als fünf. Echt? Ja. Dann haben wir es gemacht. Dann haben wir die Scheinlich bestanden geschaut. Oh, sehr nice. Ich hab acht, Diamanten. Oh, sehr gut. Ich geb dir die Hälfte. Oh, dankeschön. Okay, warte mal. Dann können wir jetzt noch ein Schwertchen machen. Und können wir mal ganz kurz nach oben gehen. Aber richtig nice. Wir haben einfach... Ja, gut. Minecraft durchgespielt. Ist vielleicht schwer zu sein. Ich mach mir ein Schwertchen. Ja. Oh, nee. Oh. Vielleicht hab ich sie nicht aufgesammelt. Okay. Warte, 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 warte. Ups. Nee, ich mach mir Schuhe. Ich mach mir Schuhe. Ich mach eine Spitzhacke. Spitzhacke? Okay. Nee, ich mach... Au. Entschuldigung. Ich mach mir Schuhe so. Da ist das Räderchen. Guck mal. Da, da. Oh, sehr nice. Guck mal. Wir konnten einfach hier Diamanten finden in einer der niedrigsten Versionen. Also, Leute, wenn ihr irgendwelche weiteren Challenges habt, die wir vielleicht versuchen sollen, in einer der niedrigsten Versionen zu schaffen, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Ich würde sagen, wir gucken nochmal, dass wir irgendwie rauskommen. Und, ähm, ich bin stolz auf dich. Ohne dich hätten, wärst du jetzt nicht weiter da geblieben. Dann, äh, hätten wir das nicht geschafft. So, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.